15 Wissenswerte Daten über Fibromyalgie Auch wenn Fibromyalgie chronisch und unheilbar ist, muss diese Krankheit dein Leben nicht dominieren. Versuche, Dinge zu machen, die dir Spaß bereiten und jeden Augenblick zu genießen. Weltweit leiden zahlreiche Personen an Fibromyalgie, insbesondere Frauen sind von dieser Krankheit betroffen. Hier sind einige Daten über Fibromyalgie. Chronische Muskel- und Knochenschmerzen sowie andere Symptome wie Erschöpfung, Schlafstörungen, Kopfschmerzen, Depression oder Gelenksteife erschweren dabei oft den Alltag. Gibt es eine wirksame Behandlung dieser Krankheit? Leider nein, noch nicht. Die Symptome sind sehr breit gefächert, doch der genaue Ursprung ist noch unbekannt. Die Behandlungen reduzieren sich deshalb darauf, die Beschwerden zu lindern und die Lebensqualität der Patienten zu verbessern. Dabei spielt auch die psychologische Unterstützung eine bedeutende Rolle. In diesem Beitrag zählen wir wissenswerte Aspekte auf, die die Symptome lindern können. Wenn man den chronischen Feind etwas besser kennt, können auch neue Strategien gefunden werden, um diesen zu bekämpfen. Anschließend erfährst du mehr darüber. Daten über Fibromyalgie, mögliche Ursachen des American College of Rheumatology, ACK, informiert, dass diese Krankheit bei jedem anders verläuft und unterschiedliche Symptome mit sich bringt. Es gibt kein einheitliches Krankheitsbild, manche leiden an Muskelschmerzen, andere dann nur an Gelenkschmerzen, bei manchen Patienten kommt es zu einem kognitiven Verfall oder zu schweren Depressionen. Deshalb ist die Diagnose und Behandlung von Fibromyalgie auch sehr schwierig. Das ACK weist jedoch auch darauf hin, dass verschiedene Aspekte auf den Ursprung der Fibromyalgie hinweisen und helfen können, dieses stark behindernde Leiden besser zu verstehen. Erste Schildriesenprobleme Schildriesenstörungen können zu chronischer Müdigkeit und auch zu Gelenkschmerzen oder Schlafstörungen führen. Verschiedene Studien zeigen auf, dass viele Fibromyalgie-Patienten, bei denen Schildriesenstörungen korrekt behandelt werden, nicht mehr an Symptomen wie Müdigkeit, Depressionen oder Schlafstörungen leiden. Zweite Vitaminmangel Die Experten des A bestätigen, dass Fibromyalgie-Patienten meist einen sehr niedrigen Magnesium-Spiegel aufweisen und oft auch an einem Mangel an Vitamin B12 und Vitamin D leiden. Drei der Bakterien in Dünndarmbakterien Wie du sicher weißt, ist unser Darm von gutartigen Bakterien besiedelt, die uns vor Krankheiten schützen. Viele Fibromyalgie-Patienten leiden jedoch an einem kranken Darm, genauer gesagt an einer Krankheit, die als durchlässiger Darmsyndrom bezeichnet wird. Bei diesem Leiden befinden sich zu viele schädliche Bakterien im Darm, die in den Blutstrom geraten. Vierte Gluten-Unverträglichkeit Gluten-Unverträglichkeit wird mit 55 verschiedenen Krankheiten in Verbindung gebracht. Dazu gehören nicht nur Verdauungsstörungen, auch neurologische Beschwerden oder sogar Gedächtnisverlust, chronische Müdigkeit, Depression, Muskelschmerzen und Schlafstörungen können dadurch verursacht werden. Fünfte Kandidose Der Pilz-Kandidalbekans besiedelt den Darm und kann ebenfalls für verschiedenste Beschwerden verantwortlich sein. Wenn sich dieser nämlich übermäßig vermehrt, kann er in den Blutstrom gelangen und Gelenkschmerzen, Konfession, Verdauungsprobleme, Müdigkeit und andere verursachen. Sechste Gen-Mutation neueren Studien ist zu entnehmen, dass das Gen MTHFR ebenfalls Fibromyalgie auslösen könnte. Dieses Gen kann Probleme bei der Synthese von Blei und Merkur verursachen und beispielsweise bewirken, dass diese Schadstoffe nicht korrekt ausgeleitet werden. Es gibt ärztliche Proben, die das Vorhandensein dieses Gens nachweisen können. Daten über Fibromyalgie, alternative Behandlungsmöglichkeiten, die du kennen solltest Yoga, Meditation, Nature und Spannung zusätzlich zur ärztlichen Behandlung solltest du dann in deinem Alltag verschiedene Veränderungen einführen, um die Lebensqualität zu verbessern. Die Fibromyalgie ist ein unangenehmer Begleiter, der sich dann bereits beim Aufwachen bemerkbar macht. Verschiedene Strategien können jedoch helfen, diesen zu kontrollieren, die Auswirkungen zu lindern und so für mehr Wohlbefinden zu sorgen. Beachte folgende Empfehlungen, erste Entspannungsübungen Es ist wichtig, dass du dir täglich eine Stunde Zeit nimmst, um Entspannungstechniken zu lernen, an nichts zu denken und tief durchzuatmen. Das innerliche Gleichgewicht zwischen Körper und Geist wird dir helfen, die Schmerzen besser zu bekämpfen und zu ertragen. Zweite korrekte Ernährung auf folgende entzündungsfördernde Nahrungsmittel solltest du verzichten, Zucker, Salz, Süßwaren, Vorgekochtes sowie Fertiggerichte, Rotes Fleisch, Milchprodukte, Kohlen, Säurehaltige, Getränke, Wurstwaren, folgende Nahrungsmittel sind zu empfehlen. Basenbildende Diät, Kaltwasserfisch, Avocado, Olivenöl, rohes Obst mit Schale, keine Fruchtzäfte, insbesondere Vitamin C, reiches Obst, frisches Gemüse, am besten roh, Tomaten, Zwiebeln, Paprika, Brokkoli sowie Knoblauch, Hülsenfrüchte, Leinsamen, Gärsamen, dritte Massagen und sanfte Bewegung Massagen können die Schmerzen dann um bis zu 20, 30% reduzieren. Drei Sitzungen in der Woche sind ausreichend, um gute Resultate zu erzielen. Du kannst dich dabei entspannen und wirst dich dann leichter fühlen. Deine Gelenke werden damit weniger steif sein. Auch sanfte Bewegung wie Yoga, das du zu Hause ausüben kannst, ist sehr hilfreich, um die Beweglichkeit zu verbessern. Daten über Fibromyalgie, abschließende Aspekte, die du beachten solltest Schreibende Frau erste führe ein Schmerztagebuch Es empfiehlt sich, ein Tagebuch über die Schmerzen, Rückfälle sowie Verbesserungen zu führen. An manchen Tagen spürst du weniger Schmerzen, deshalb ist es wichtig, herauszufinden, was du an diesen Tagen gemacht oder nicht gemacht hast und was dir möglicherweise Erleichterung bringt. Vergiss nicht, dass jeder Patient unterschiedlich reagiert und du selbst deinen Körper am besten beobachten kannst. Zweite Beachte alle Alternativen Manche Patienten vertrauen nur in die konventionelle Medizin und weigern sich, alternative Therapien, wie beispielsweise Entspannungstechniken oder eventuell eine psychologische Behandlung gegen Depressionen oder emotionale Beschwerden, durchzuführen. Vergiss nicht, dass Fibromyalgie durch verschiedene physische und psychologische Faktoren ausgelöst werden kann, die unterschiedlich behandelt werden sollten. 3. Suche Hilfe bei deiner Familie, deinen Freunden und deinem Arzt soziale Unterstützung erleichtert den Alltag. Du wirst dich so besser fühlen und eine Isolierung verhindern, zu der es oft kommt, wenn die Patienten denken, dass niemand sie verstehen kann. Suche die beste Hilfe und Unterstützung für dich. 4. Erlauben nicht, dass die Fibromyalgie dein Leben dominiert. Schmerzen nehmen uns gefangen, doch wenn du nachgibst bleibt dir nichts als leiden. Lass das dann nicht zu. Versuche, im Rahmen deiner Möglichkeiten ein normales Leben zu führen und dein Glück sowie deine Motivation in Dingen, die dir Spaß machen, zu finden. Stehe jeden Tag auf und versuche, die Krankheit in den Hintergrund zu stellen. Jede Anstrengung sowie jede Hilfe lohnt sich. Jetzt hast du einige Daten über Fibromyalgie.